Hallo bei Donkey Kong Country, Tropical Freeze. Wir starten wieder mal durch mit einem neuen Let's Play. Naja, und das ist halt von diesem Spiel. Ich habe es schon ausprobiert. Das ist sehr geil. Ich will halt auch hoffen, dass es euch gefällt. Dann geht es ja auch gleich los. Da oben doch ins Haus, Gräse, natürlich. Ein schöner Strand. Also da bin ich wirklich angekommen. Und wir machen natürlich ein neues Spiel. Was ist sonst? Machen wir das? Ein Spieler? Fortfahren. Jetzt bin ich mal leise. Was ist das? 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ah, der Froschle-Teil. Au. Niemand hat das gesehen. Geiler Sturm. Banana. Geiler Sturm. Also, als es diesmal für die Wii U gemacht wurde, hätte ich mir auch nicht gedacht, dass es jetzt ein Geiler wie Nintendo. Einfach ein Geiler. Tschüss. Ja, natürlich. Ja. Hier finde ich es blöd, dass die Froschle-Teile so an gleiche Stelle gemacht wurden. Ah! Au. Ähm. Hier ist alles so schnell passiert. Ähm. Äh. 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 Nein, ich werde mir nicht alle Froschle-Teile holen. Auch nicht alle Froschle-Teile, weil ich ja nicht so genau weiß. Nein, Didi! Nein! Donkey Kong kann es so schwer sein, so ein Brut zu töten. Donkey Kong, Donkey Kong, Donkey Kong! Hat ihr das Piratenschiff da gesehen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie nicht bemerken, dass da auf einmal so ein, eine riesen Pflanze da, da wächst und sie bemerken es nicht. Oh! Oh! Oh, da war ja der. Oh! Oh! Braucht eh keiner mehr. Oh, Scheiddo! Ein Didi! Oh! Pirat! Das sind Wikinger! Es sind Fiekinger! Das sind Fiekinger. Das sind Fiekinger. Das ist irgendwie cool! Idiot! Wut? Miam! 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 Emma? Lass dich nicht tschüss. Miam! 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 Ich frage mich, ich bin voll eisig! Gehört doch zur Tradition. Das Spiel hat uns den Namen nicht verdient. Die Inseln sind ja fast nicht mit Eis. Das finde ich echt sehr schade. Und wir machen im nächsten Part weiter. Also ich darf nur 10 Minuten höchstens. Ladevorgang. Mangrovien. Aha, so heißt das. Die Insel heißt Mangrovien. Ja. 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 Also wir sehen uns zum nächsten Mal. Ja.